Ich heiße Jan Köber, ich bin Prädikant seit mehreren Jahren in Bürgel. Das ist eine Stadt östlich von Jena und ich bin dort in verschiedenen Kirchgemeinden tätig. Das macht mir sehr viel Freude und ich denke, dass es auch den Menschen Freude macht, die in meine Gottesdienste und Andachten kommen. Und mir ist ganz besonders wichtig, dass sich die Menschen dort vor allem im Herzen angesprochen fühlen.